Ja, im Grunde würde dieses Unternehmen perfekt in Ihr Beuteschema passen. Ihr Leistungsportfolio deckt sich eins zu eins mit den Anwendungsbereichen. Auch die räumliche Nähe spricht dafür. Aber eigentlich ist Ihre Firma zu klein für einen so riesigen Kunden. Zudem gilt der Einkäufer als besonders schwierig zu überzeugen. Und obwohl Sie sehr fachkundig, kompetent und erfahren sind, lassen Sie es lieber bleiben. Aber dann, beim nächsten Sales Meeting, verkündet der Neue, dass er bei diesem Unternehmen einen Großauftrag platziert hat. Ausgerechnet der. Er ist erst seit kurzem da, kennt sich kaum aus und ist in Ihrer Wahrnehmung nicht der hellste. Und jetzt möchten Sie sich am liebsten in den Hintern beißen. In dem Fall wurden Sie Opfer des Impostors-Syndroms, zu deutsch des Hochstapler-Syndroms. Dieser Effekt beschreibt die Neigung von Menschen, trotz offensichtlicher Kompetenz, starke Zweifel an den eigenen Fähigkeiten zu haben. Solche Personen unterschätzen sich permanent und getrauen sich vor lauter Selbstzweifel nicht an Aufgaben, die sie aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung leicht bewältigen könnten. Vor lauter Sorge womöglich als Hochstapler dazustehen. Das Gegenteil davon ist der Dunning-Kruger-Effekt. Menschen, die diesem Denkfeld unterliegen, überschätzen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen maßlos und vermögen, ihre Kompetenz nicht richtig einzuordnen. Die beiden Forscher, Dunning und Kruger, wiesen diesen Effekt in zahlreichen Experimenten nach. So waren beispielsweise ausgerichtet jene Studenten und Studentinnen, die bei Klausuren die schlechtesten Ergebnisse erzielt haben, überzeugt davon, dass ihre Leistungen weit über dem Durchschnitt lagen. Ja und das führt dazu, dass sich solche Menschen mutig auf neue Aufgaben stürzen, die ihre Möglichkeiten eigentlich übersteigen. Sie packen die Dinge aktiv an, ohne lange darüber nachzudenken und natürlich führt das aus häufig zu Misserfolgen. Aber genauso oft funktioniert das. Frei nach dem Motto, während die Weisen noch grübeln, stürmen die Dummen die Burg. Für Sie als erfahrene, kompetente Verkäuferin, als erfahrener, kompetenter Verkäufer bedeutet das, zweifeln Sie nicht, handeln Sie, denn Sie wissen, nicht gekauft hat er schon.